Die Aszendenten des Sternzeichens Waage Eigenschaften von Sternzeichen Waage mit Aszendent Waage Bei der Konstellation Sternzeichen Waage und Aszendent Waage sind die typischen Eigenschaften der Waage besonders ausgeprägt. Das drückt sich sowohl in ihrem Wesen als auch in ihrer Erscheinung aus. Und daher weiß man immer gleich, mit wem man es zu tun hat. Manchmal ist die Waage Aszendent Waage ein bisschen unentschlossen. Doch ihren Mitmenschen gegenüber tritt sie immer freundlich und charmant auf. Dank ihres angeborenen Charms und ihrer Kontaktfreudigkeit ist eine Waage Aszendent Waage äußerst gesellig und in der Lage, immer wieder neue Bekanntschaften zu machen. Dabei pflegt sie stets einen kultivierten Umgangston und benimmt sich nie daneben. Alles was derb und vulgär ist, lehnt sie ab und reagiert darauf bisweilen sehr empfindlich. Eine Waage mit Aszendenten Waage genießt es zu flirten, doch sie ist genauso zu platonischer Liebe fähig. Menschen in dieser Konstellation sind oft künstlerisch veranlagt und richten ihr Zuhause in der Regel geschmackvoll und gediegen ein. Ein verträumter, allzu unkonventioneller Stil passt hingegen nicht zu ihnen. In ihrer Partnerschaft braucht eine zweifache Waage sehr viel Aufmerksamkeit und Zuspruch. Bekommt sie diese Anerkennung nicht von selbst, versucht sie meist, sich diese durch geschickte Manipulation zu holen. Denn trotz ihres freundlichen und ausgeglichenen Wesens ist eine Waage Aszendent Waage nur selten zu Kompromissen und Abstrichen bereit. In der Liebe gehört für die Waage Aszendent Waage eine feste und dauerhafte Beziehung zu den erstrebenswerten Dingen, denn ihre größte Angst besteht darin, allein zu sein. Gleichzeitig gehören Beständigkeit und Ausdauer nicht gerade zu ihren großen Stärken. Und deshalb ist es keine Seltenheit, dass eine Waage Aszendent Waage sich von einer Beziehung in die nächste stürzt und so nie oder erst spät in ihrem Leben so etwas wie ein echtes Beziehungsglück erfährt. Genau genommen müsste eine Waage Aszendent Waage, egal ob Frau oder Mann, gar nicht fürchten, allein zu sein, denn mit ihrem offenen, sonnigen und anpassungsfähigen Wesen ist sie normalerweise allseits beliebt und schafft es im Handumdrehen, Menschen um sich zu scharen und für sich einzunehmen. Doch eine Waage mit Aszendent Waage bereitet es in vielen Fällen Probleme in ihrem Umfeld, klar zu kommunizieren, was sie wirklich will, denn sie möchte niemals riskieren, dass sich auch nur ein Mensch von ihr abwendet. Deshalb schweigt sie lieber und behält ihre inneren Bedürfnisse für sich, um ihre Beliebtheit zu keiner Zeit aufs Spiel zu setzen. Eigenschaften vom Sternzeichen Waage mit Aszendent Skorpion Die Kombination Waage Aszendent Skorpion ist eine sehr widersprüchliche Verbindung. Während das Sternzeichen Waage dem Leben aufgeschlossen gegenübersteht und oftmals auch in den Tag hinein lebt, neigt der ehrgeizige und willensstarke Skorpion seiner Umwelt gegenüber zu einer gewissen Nachdenklichkeit und Verschlossenheit. Dieser Zwiespalt kann so manchen Menschen mit der Kombination Waage Aszendent Skorpion überfordern und ihm seelisch sehr zu schaffen machen. Diese innere Zerrissenheit führt häufig zu Eigenheiten, die ihrem persönlichen Umfeld unverständlich und zum Teil auch inakzeptabel erscheinen. Menschen mit der Konstellation zwischen Sternzeichen Waage und Aszendent Skorpion haben eine sehr starke erotische Ausstrahlung und leben diese auch hin und wieder gerne aus. In einer Partnerschaft kommt es bedingt durch den Eifer- und Kontrollsüchtigen Skorpion Aszendenten aber auch sehr oft vor, dass sie einfach zu sehr über den Partner und auch über viele andere Dinge bestimmen wollen und so immer wieder riskieren, den geliebten Menschen an ihrer Seite in die Flucht zu schlagen. Bei Menschen mit der Konstellation Waage und Aszendent Skorpion prallen große Gegensätze aufeinander, die sich nur schwer miteinander verbinden lassen. Die stets optimistische Grundeinstellung der Waage muss mit dem tiefgründigen und grüblerischen Wesen des Skorpions zurechtkommen. Das eigentliche Naturell der Waage ist heiter und den Annehmlichkeiten des Lebens zugewandt, während der Skorpion ganz gründlich hinter alle Dinge des Lebens blicken und dabei auch die dunklen Seiten erforschen will. Bei der Kombination Waage-Aszendent Skorpion überwiegen meist die Skorpioneigenschaften, was sich freilich nicht immer vorteilhaft für die Betroffenen auswirkt, denn die Eigenschaften der heiteren und vor Lebensfreude sprühenden Waage werden durch den mit seinen inneren Dämonen kämpfenden Skorpion doch stark unterdrückt und in den Hintergrund geschoben. Dieser innere Zwiespalt zeigt sich bei den charakterlich etwas weniger gefestigten Wagen mit Skorpion-Aszendent fast immer in Form von moralischen Konflikten, die nicht zuletzt durch die Neigung, Tabus zu brechen, noch zusätzlich geschürt werden. Bei dem ethisch höher entwickelten Typ geht wiederum die kontaktfreudige und ausgleichssuchende Waage eine harmonische Verbindung mit den tiefschürfenden und alles ergründenden Wollenden Skorpionkräften ein. Menschen mit dem Sternzeichen Waage-Aszendent-Skorpion erreichen sowohl mit diplomatischem Geschick als auch mit zähen und leidenschaftlichen Einsatz ihr Ziel. Sie haben hohe Ideale und besondere Weltanschauungen und stellen ihre Fähigkeiten oft in den Dienst der Menschheit. Eigenschaften des Sternzeichen Waage mit Aszendent-Schütze In der Regel ist Waage-Aszendent-Schütze eine Kombination mit vielen positiven Eigenschaften. Wer als Waage-Aszendent-Schütze geboren wurde, muss allerdings darauf achten, nicht allzu sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein, sondern auch das Wohlergehen seiner Mitmenschen im Blick zu haben. Eine Waage-Aszendent-Schütze ist von Natur aus ein Idealist, der immer den besten Weg und die besten Lösungen im Leben anstrebt. Es passiert allerdings auch sehr häufig, dass sie den Verlockungen eines Luxuslebens erlegt. Deshalb sollte die Waage mithilfe ihres Schütze-Aszendenten ihren angeborenen Sinn für Gerechtigkeit nutzen und versuchen, sich mehr für andere Menschen und für deren Sorgen und Probleme einzusetzen. In einer Partnerschaft ist es für eine Waage-Aszendent-Schütze von fundamentaler Bedeutung, dass sie den Freiraum hat, den sie braucht. Man darf diese Menschen auf keinen Fall einengen. Dies heißt wiederum nicht, dass sie nicht treu sein können, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Die Waage mit Aszendent-Schütze braucht einfach die Abwechslung und den Kontakt mit anderen Menschen. Doch darüber vergisst sie ihre partnerschaftlichen Pflichten schon nicht. Bei der Konstellation zwischen Sternzeichen Waage und Aszendent-Schütze ergänzt sich der frohe Mut der Waage perfekt mit der geistig-expansiven Einstellung der Schützen. Eine Waage-Aszendent-Schütze verfügt grundsätzlich über eine positive Lebenseinstellung und strebt in den meisten Fällen einen Lebensstil an, der ihr alles bietet. Aus dieser in aller Regel vorteilhaften Kombination gehen in den meisten Fällen vielseitig interessierte, charmante und weltoffene Persönlichkeiten mit besonderen geistigen Fähigkeiten hervor. Bei positiver Ausprägung ihrer Wesenszüge verfügen Menschen mit dem Sternzeichen Waage Aszendent-Schütze sowohl über das diplomatische Geschick und das ausgleichende Talent der Waage als auch über das idealistische und nach höheren Werten strebende Denken des Schützen. Sie sind im eigentlichen und im besten Sinne die Hüter der Moral, besitzen einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und sind dabei so überzeugend, dass sie anderen Menschen immer wieder den richtigen Weg aufzeigen können. Eine entscheidende Rolle im Leben einer Waage Aszendent-Schütze spielen Reisen. Je länger und weiter, desto besser. Weniger idealistisch veranlagte Exemplare mit dieser astrologischen Kombination interessieren sich nur für Geld und Luxus, haben heuchlerische Moralvorstellungen, stellen sich selbst gerne als Übermenschen dar, wissen alles besser und liegen ständig mit anderen Menschen im Streit. Die Eigenschaften des Sternzeichen Waage mit Aszendent Steinbock Die Partnerschaft ist für eine Waage Aszendent Steinbock sehr wichtig, denn sie ist für sie ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. Wer mit einem Menschen mit dieser Konstellation eine Beziehung eingeht, darf allerdings keine stürmische Leidenschaft oder große Romantik erwarten. Hier zählt nun die Liebe und die Treue und beides soll möglichst dauerhaft sein. Dafür bekommt man aber auch einen Partner, der bereit ist, mit einem durch dick und dünn zu gehen. Dies sind durchaus lobenswerte Eigenschaften, doch insgesamt sind Menschen mit dem Sternzeichen Waage Aszendent Steinbock sehr gehemmt und können nur sehr schwer aus sich herausgehen. Deshalb ist die Kombination Waage Aszendent Steinbock, egal ob Frau oder Mann, eine eher problematische Verbindung, da hier charakterliche Gegensätze aufeinander prallen, die sich nur schwer miteinander vereinbaren lassen. Bei der Konstellation zwischen dem Sternzeichen Waage und dem Aszendent Steinbock verliert die lebensfrohe Waage unglücklicherweise sehr viel von ihrer Leichtigkeit, da sich der Einfluss des ernsthaften Steinbocks hier sehr stark bemerkbar macht. Die auf lebenslos ausgerichtete Waage wird durch den Steinbock in ihrer Entfaltung gehemmt und deshalb sind im täglichen Leben einer Waage Aszendent Steinbock sowohl beruflich als auch familiär, Pflichterfüllung und Zuverlässigkeit oberstes Gebot. Die Leichtigkeit des Seins steht bei dieser Kombination nüchternem Kalkül gegenüber. Doch wenn es einer Waage Aszendent Steinbock gelingt, die vorteilhaften Eigenschaften beider Zeichen für sich herauszufiltern und sie zu einer gesunden Mischung zu vereinen, können sich bei ihr große Stärken herausbilden. So ist es zum Beispiel möglich, dass sie alle Gefühlsdinge im besten Sinne gewissenhaft behandelt und neben ihrem angeborenen Charme, Treue, Pflichterfüllung und Zuverlässigkeit zu ihrem Markenzeichen werden. Trotz aller menschlichen Vorzüge stellt eine Waage Aszendent Steinbock ihren übergroßen beruflichen Ehrgeiz immer wieder über ihr Privatleben. Auch ist bei Menschen mit dieser astrologischen Kombination ein verdeckter Machtanspruch vorhanden, der immer wieder zu starkem Konkurrenzdenken führt. Die Partnerschaft ist einer Waage Aszendent Steinbock als wesentlicher Bestandteil ihres Lebens sehr wichtig. Wer sie als Partner auswählt, sollte sich allerdings keinen Illusionen hingeben, sondern sich darauf einstellen, dass er es hier weder mit dem größten Romantiker noch mit dem leidenschaftlichsten Liebhaber zu tun hat, sondern mit einem loyalen Partner, auf den er sich in jeder Lebenslage verlassen kann. Eigenschaften des Sternzeichens Waage mit Aszendent Wassermann Eine Waage Aszendent Wassermann kann sich dank ihres Schamfaktors über zu wenig Verehrer sicher nicht beschweren, denn bei dieser astrologischen Kombination kommen in der Tat zwei äußerst anziehende und gewinnende Charaktere zusammen. Wenn es allerdings um Liebe und Partnerschaft geht, ist es keine Seltenheit, dass dieser Zauber schnell verpufft, denn weder die Waage noch der Wassermann sind in Sachen Beziehung die geborenen Langstreckenläufer. Dies liegt vor allem an der sprunghaften Art und dem Drang nach Neuem, der eine Waage Aszendent Wassermann kennzeichnet. Diese Unbeständigkeit kann einen Partner sehr verunsichern, wenn er selbst nicht genauso strukturiert ist. Wenn es einer Waage Aszendent Wassermann, egal ob Frau oder Mann, mit der Liebe ernst ist, dann sollte sie stets darauf achten, ihre Gedanken und Empfindungen mit dem Partner zu teilen, um sie für ihn nachvollziehbarer zu machen. Wenn sie sich daran hält und ihr Partner dann auch noch eine gute Intuition hat, kann eine Beziehung durchaus funktionieren. Bei der Konstellation zwischen dem Sternzeichen Waage und Aszendent Wassermann verbinden sich zwei Luftzeichen in nahezu idealer Weise miteinander. Die Originalität des Wassermanns trifft hier auf die Lebensfreude der Waage und fördert dadurch besondere Talente zutage. Menschen dieser Kombination verfügen in der Regel über einen großen Einfallsreichtum und besitzen eine schnelle Auffassungsgabe. Man kann hier also von einer insgesamt harmonischen Kombination sprechen, in der sich künstlerische Interessen mit einem sehr freiheitlichen Denken verbinden. Menschen mit Waage-Aszendent Wassermann sind charmante, originelle Zeitgenossen, aus denen ständig neue Ideen und Pläne heraussprudeln. Einer Waage-Aszendent Wassermann bedeuten Freundschaften sehr viel. In vielen Fällen sind sie ihr sogar wichtiger als eine Beziehung. Man könnte auch sagen, dass Freundschaften für die Waage-Aszendent Wassermann in gewisser Weise eine Ersatzfunktion haben. Denn durch den starken Einfluss des unabhängigen Wassermann-Aszendenten sind bei dieser astrologischen Kombination echte Gefühlsbindungen in aller Regel problematisch. Waage und Wassermann haben von Natur aus miteinander gemeinsam, dass ihnen in zwischenmenschlichen Beziehungen meistens die emotionale Tiefe fehlt und daher haben Menschen mit der Konstellation Waage-Aszendent Wassermann in Liebesdingen immer so ihre Schwierigkeiten. Ein weiteres Ergebnis aus der Kombination dieser beiden Zeichen ist, dass eine Waage-Aszendent Wassermann auf ihre Mitmenschen immer etwas sprunghaft und unzuverlässig wirkt. An Ideen und am Umsetzungswillen mangelt es ihr nie. Doch wenn ihr die Realisierung zu lange dauert oder mit Komplikationen verbunden ist, wendet sie sich schnell wieder neuen Dingen zu und lässt die alten Vorhaben einfach fallen. Mit dieser Unbeständigkeit hinterlässt die Waage-Aszendent Wassermann vielerorts keinen guten Eindruck. Doch wenn man ihr, anstatt sie zu kritisieren, Unterstützung anbietet, ist sie durchaus in der Lage, einen Plan auch durchzuhalten. Eigenschaften der Sternzeichen Waage mit Aszendent Fische Eine Waage-Aszendent Fische hat eine große Vorliebe für die schönen Dinge des Lebens und für Luxus. Sie liebt Kunst und Kultur, schätzt gutes Essen und edle Tropfen und bei besonders attraktiven Exemplaren des anderen Geschlechts schaut die Waage-Aszendent Fische egal ob Frau oder Mann auch gerne zweimal hin. Wenn eine Waage-Aszendent Fische den richtigen Partner an ihrer Seite hat und sich in dieser Beziehung sicher fühlt, blüht sie richtig auf. In der Partnerschaft ist es sehr wichtig, dass diese von Liebe und gegenseitigem Mitgefühl getragen wird. Dann kann diese Beziehung wirklich ein Leben lang halten und für alle Beteiligten glücklich und bereichernd sein. Aufgrund ihrer Liebe zur Kunst und ihrer eigenen künstlerischen Begabung schlagen viele Menschen mit der Kombination Waage-Aszendent Fische selbst die Künstlerlaufbahn ein, was in aller Regel sehr gut zu ihnen passt. Bei der Konstellation zwischen dem Sternzeichen Waage und dem Aszendent Fische treffen zwei sehr romantische und verletzliche Wesen aufeinander. Denn obwohl die Waage einerseits kontaktfreudig und auch ein wenig hedonistisch veranlagt ist, hat auch sie eine empfindsame Seele, die durch den sensiblen Fische-Aszendenten noch deutlicher zur Geltung kommt. Eine Waage-Aszendent Fische ist ein Mensch, der selten ganz genau weiß, was er will und wo er im Leben hinkommen möchte, sondern der eher von unbestimmten Sehnsüchten getrieben ist. Sie zerfließt förmlich vor Mitgefühl für andere Menschen und möchte am liebsten jedem helfen, der irgendwo auf diesem Erdball in Not ist. Bei so viel Sensibilität ist es nicht verwunderlich, dass eine Waage-Aszendent Fische auf der Suche nach ihrem Traumpartner immer wieder Enttäuschungen hinnehmen muss, denn ihre Empathie und ihre Weichheit werden von anderen nur allzu gern ausgenutzt. Deshalb zieht sie sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um diese Erfahrung zu verarbeiten und ihre Wunden zu lecken. Doch sie wäre keine Waage, wenn sie nicht auch wieder aus ihrer Einsiedlerhöhle herauskäme und den Kontakt zur Außenwelt suchte. Trotz ihrer positiven Charaktereigenschaften müssen Menschen mit der Kombination Waage-Aszendent Fische sehr darauf achten, dass sich aus ihrer Neigung zur Genusssucht nicht noch weitere Suchtendenzen entwickeln. Leider fehlt es ihnen an einer Art Grunddisziplin, um gegen solche Versuchungen gefeit zu sein. Deshalb müssen sie sich erst eine Struktur antrainieren, an der sie sich festhalten können, um nicht das Opfer ihrer eigenen Willenlosigkeit zu werden. Eigenschaften der Sternzeichens Waage mit Aszendent Widder Menschen mit dem Sternzeichen Waage und dem Aszendent Widder bewegen sich immer zwischen einer gewissen Art von Gelassenheit und Tatendrang. So sind sie auf der einen Seite sehr gemütvoll und empfänglich für die schönen Dinge des Lebens und andererseits sind sie einsatzbereit und voller Arbeitseifer, wenn es um die Erreichung ihrer Ziele geht. Die Waage ist in der Regel ein sehr harmoniebetonter Mensch, der sich gerne in Gesellschaft begibt. Menschen mit der Kombination Waage-Aszendent Widder, egal ob Mann oder Frau, strahlen nach außen sehr viel Ruhe und Gelassenheit aus, kommen aber innerlich nur selten wirklich zur Ruhe. Trotzdem tut der Einfluss von Widder der Waage sehr gut, denn ihre angeborene Unentschlossenheit wird mit ihm deutlich abgemildert und dadurch mehr Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen ersetzt. Abgesehen von dieser glücklichen Ergänzung sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Zeichen doch enorm und sorgen bei den betroffenen Menschen auch immer wieder für innere Anspannung und Unruhe. Meistens gelingt es ihnen jedoch mit den ausgleichenden Eigenschaften, die in der Kombination Waage-Aszendent Widder durch die Waage-Sonne vorhanden sind, aus diesen auf den ersten Blick eher gegensätzlichen Komponenten ein recht harmonisches Ganzes zu machen. Der Aszendent Widder sorgt in dieser Konstellation mit seinem Einfluss auf die Waage dafür, dass diese mit deutlich mehr Temperament und deutlich weniger Zurückhaltung ihr Leben lebt, als Waage-Geborene das üblicherweise tun. Menschen mit der Kombination Waage-Aszendent Widder werden zwar dennoch alles erst einmal genau gegeneinander abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen, doch sie besitzen ausreichend Entschlusskraft, um zügig zu einem Ergebnis zu kommen. Was ja auch noch dem Widder-Aszendent zu verdanken ist, ist die Tatsache, dass sich die Waage nach ihrer Entscheidung auch schnell an die Umsetzung ihrer Ideen macht. Dabei muss sie allerdings etwas aufpassen, dass sie nicht über das Zeh hinausschießt und andere Menschen vor den Kopf stößt, indem sie diese vor verendete Tatsachen stellt. Die Waage sollte hier auf keinen Fall ihre guten Manieren vergessen, sondern nach Möglichkeit versuchen, das forsche Temperament des Widders ein wenig zu zügeln. Denn es kann schnell passieren, dass sich jemand übergangen fühlt und sich dann gekränkt zurückzieht. Eigenschaften der Sternzeichens Waage mit Aszendent Stier Menschen mit dem Sternzeichen Waage und dem Aszendent Stier verfügen über einen gefestigten Charakter und sind starke Persönlichkeiten. Bei Waage und Stier verbinden sich ein Luftzeichen mit einem Erdzeichen und dieses führt dazu, dass Menschen mit dieser Kombination sehr freundliche und charmante Zeitgenossen sind. Bei der Waage wird dies durch den Einfluss durch den Stier noch verstärkt, denn diese Eigenschaften zeichnen ihnen besonders aus. Es fällt ihr deshalb nicht sonderlich schwer, neue Freunde und Bekannte zu finden, denn mit ihrer geselligen Art zieht sie ihre Mitmenschen schnell auf ihre Seite. Vor allem die Gesellschaft und der Kontakt zu anderen ist für eine Waage Aszendent Stier sehr wichtig, denn sie befindet sich sozusagen immer auf der Suche nach Gemeinsamkeiten. Der Stier ist normalerweise ein Mensch, der lieber zu Hause auf der Couch sitzt und dort das Leben genießt. Aber in dieser speziellen Kombination überwiegt der Einfluss der Waage und so wird das Leben deutlich turbulenter und aufregender, als man dies beim Stier ansonsten erwarten kann. Waage Aszendent Stier ist auf jeden Fall eine günstige Kombination, um einiges im Leben zu erreichen. Bei der Konstellation zwischen Sternzeichen Waage und Aszendent Stier trifft das charmante und freundliche Wesen der Waage auf den Wunsch nach Natürlichkeit, wie man es vom Sternzeichen Stier kennt. Da die Waage Eleganz liebt, legt sie bei ihrem Auftreten auch großen Wert auf Ästhetik. Das Zusammenwirken von Waage und Aszendent Stier ist eine Kombination, die relativ selten in ihrer vollen Ausprägung beobachtet werden kann. Die beiden vom Venus beherrschten Tierkreiszeichen deuten zunächst auf eine starke künstlerische Begabung hin, da diese Menschen über ein sehr großes Gefühls- und Empfindungspotenzial verfügen. Gutes Essen und Trinken, ein behagliches Heim, viel Gemütlichkeit und Naturbezogenheit sind ihnen wichtig. Durch ihre Natürlichkeit, ihr gewandtes Auftreten und ihren angeborenen Charme gewinnen sie viele Freunde. Oft besitzen sie auch ein wunderschönes Äußeres, da sie zu hegen und zu pflegen wissen. Es besteht aber bei Menschen mit dem Sternzeichen Waage Aszendenz Stier auch die Neigung, sich zu sehr den Genüssen hinzugeben und dies trifft sowohl für Frauen als auch für Männer zu. Deshalb mangelt es bei ihnen bisweilen auch an Tatkraft und Arbeitswillen. Geht es bei diesen Menschen um die Partnerschaft, Liebe oder um Freundschaft, so tut ein Sternzeichen Waage mit Aszendenz Stier sehr viel dafür und steckt dafür auch gerne bei anderen Dingen zurück. Dem Partner gegenüber zeigt sie sich als liebevoller und treuer Mensch, der bereit ist, für ihn alles zu geben. Allerdings sollte man diese ehrliche Zuneigung und diese Gefühle auf keinen Fall verletzen oder missbrauchen. Eigenschaften des Sternzeichens Waage mit Aszendenz Zwillinge Zu den Paradeeigenschaften der Waage zählt ohne jeden Zweifel, dass sie mit großer Offenheit durchs Leben geht und sich leicht in ihre Umwelt integriert. Mit dem Aszendenz Zwillinge kommt bei dieser Kombination ein weiteres Luftzeichen hinzu, das ebenfalls die Geselligkeit liebt, auch wenn der Zwilling im Vergleich zur Waage noch etwas Kopf gesteuerter ist. Eine gepflegte Unterhaltung in netter Gesellschaft ist für eine Waage Aszendenz Zwillinge etwas ganz Besonderes. Sie gibt sich außerdem gerne kulturellen Genüssen hin und zeigt sich anderen gegenüber immer angenehm zurückhaltend und äußerst stilsicher. Eine Waage Aszendenz Zwillinge und dies gilt sowohl für Frauen als auch für Männer, ist auf Partys oder anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen immer ein gern gesehener Gast. Sie sollte allerdings ein wenig darauf achten, sich nicht an zu vielen Gesprächen auf einmal zu beteiligen, sondern vielleicht mal die eine oder andere Konversation schweigend zu verfolgen. Es könnte sonst bei ihren Gesprächspartnern der Eindruck entstehen, dass sie unaufmerksam und oberflächlich ist. In der Kombination aus dem Sternzeichen Waage und Aszendenz Zwillinge verbinden sich zwei Luftzeichen miteinander und aufgrund dessen ist beim Menschen mit dieser Koordination immer ein äußerst reger geistiger Austausch mit ihrer Umwelt zu erwarten, denn das offene Wesen der Waage vereinigt sich hier so gut wie problemlos mit dem Intellekt des Zwillings. Ein Mensch mit Sternzeichen Waage Aszendenz Zwillinge ist ein sehr geselliger Zeitgenosse, der für sein persönliches Wohlgefühl den Umgang mit anderen Menschen braucht wie die Luft zum Atmen. Menschen mit dieser astrologischen Kombination haben ein gewandtes und leicht physiges Auftreten und sind in aller Regel sehr intelligent, deshalb sind sie trotz der Leichtigkeit die sie umgibt echte Persönlichkeiten. Vieles im Leben scheint ihnen einfach zuzufallen, da man sie im Grunde niemals angestrengt oder gehetzt erlebt. Sie können sich dank ihrer Redebegabung gut selbst darstellen und entfalten ihr ausgleichendes und vermittelndes Wesen, das unbestritten zu ihren großen Stärken gehört, am besten in Gesellschaft ihrer Mitmenschen. Eine vage Ascendent Zwillinge ist zu echten Gefühlen fähig, auch wenn sie diese nicht demonstrativ vor sich herträgt und sie kann sich gleichzeitig in jeder Situation auf ihren Intellekt verlassen. Ihre vielfältigen Kontakte und Bekanntschaften sind oft förderlich für die eigene Karriere. Der positive Typus dieser Verbindung denkt die doch nicht nur an sich, sondern hilft auch anderen gern weiter. Mit ihrem übergroßen Charme kann eine vage Ascendent Zwillinge Zwillinge jeden Menschen für sich gewinnen. Doch natürlich gibt es neben so vielen vorteilhaften Attributen auch bei ihr eine etwas weniger schmeichelhafte Seite. Zwar kommt diese nur bei den wenigsten Menschen mit dieser Sternzeichen Kombination zum Vorschein, doch diese charakterisieren sich dadurch, dass sie oberflächlich, opportunistisch, selbstsüchtig, berechnend und moralisch ungefestigt sind, wo Licht, da auch Schatten. Eigenschaften des Sternzeichens Vage mit Ascendent Krebs In der Kombination aus dem Sternzeichen Vage und dem Ascendent Krebs verbinden sich die Harmoniebedürftigkeit der Vage und die Emotionalität des Krebses. Dies macht eine Vage Ascendent Krebs zu einem gefühls betonten und liebevollen Menschen, der aber auch sehr sensibel sein kann. Eine Vage Ascendent Krebs möchte stets Streit und Diskussionen in ihrem Umfeld vermeiden und tritt deshalb sehr oft als Vermittler auf. Eine Vage Ascendent Krebs handelt meist eher intuitiv und trifft viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Wer einen erfolgreichen und harmonischen Umgang mit dem Sternzeichen Vage Ascendent Krebs pflegen möchte, sollte etwas Einfühlungsvermögen mitbringen. Der Menschen mit dieser Kombination können immer wieder damit Probleme bekommen, dass sie sich einerseits nach einem gemütlichen Heim sehnen und andererseits auch den Drang nach Öffentlichkeit und gesellschaftliche Anerkennung verspüren. In der Konstellation Vage Ascendent Krebs vereinen sich zwei Zeichen, die beide nicht sehr kämpferisch sind. Hier verbindet sich vielmehr das Harmoniestreben der Vage mit dem sensiblen Gemüt des Krebses und das macht aus diesen Menschen sehr weiche und gefühlvolle Charaktere. In der Kombination Vage Ascendent Krebs, die sich in manchen Punkten stark widerspricht und daher eine gewisse innere Zerrissenheit bedingt, kommt es sehr oft zu inneren Spannungen. Auffallend ist vor allem der Gegensatz zwischen dem Verlangen nach Zurückgezogenheit des Krebses auf der einen Seite und dem Drang der Vage nach Öffentlichkeit und gesellschaftlicher Anerkennung auf der anderen Seite. Die künstlerische Begabung ist bei einer Vage mit Ascendent Krebs fast immer überdurchschnittlich ausgeprägt und das trifft sowohl auf weibliche als auch auf männliche Vagen zu. Im Großen und Ganzen sind diese Menschen sanft, kompromissbereit und sehr zuvorkommend. Sie sind Gefühlsmenschen und handeln und entscheiden daher eher intuitiv als rational. Ihre Schwächen sind ihre große Empfindlichkeit, eine gewisse Selbstverliebtheit und Launenhaftigkeit. In der Partnerschaft braucht ein solcher Mensch sehr viel Zärtlichkeit und Zuneigung. Beziehung und Partnerschaft ist für eine Vage Ascendent Krebs von großer Bedeutung. Allerdings muss ihr Partner auch einiges aushalten können, denn sie ist nicht immer einfach zu verstehen und erwartet von ihrem Partner dennoch maximales Verständnis. In einer Beziehung ist das doch sehr wechselhafte Gemüt einer Vage mit Ascendent Krebs jedenfalls eine echte Herausforderung für den Partner. Eigenschaften des Sternzeichens Vage mit Ascendent Löwe Ein Mensch, der als Vage Ascendent Löwe geboren ist, ist der totale Beziehungsmensch. Trotzdem ist es nicht einfach mit jemandem, der diese Tierkreiskombination mitbringt, eine Partnerschaft einzugehen, denn da steht einem einiges an Arbeit bevor. Auf der einen Seite ist eine Vage Ascendent Löwe äußerst emotional und zeigt ihre Gefühle sehr offen. Auf der anderen Seite erwartet sie enorm viel von ihrem Partner. Bekommt eine Vage Ascendent Löwe egal ob Frau oder Mann nicht die Bewunderung und die Zuwendung die sie sich vorstellt wird sie schnell unglücklich. Dann kann es sogar passieren, dass sie meistens ohne große Vorwarnung aus ihrer Beziehung ausbricht. Ist ein Mensch mit dem Sternzeichen Vage und dem Ascendent Löwe aber glücklich und zufrieden, zeigt er sein Glück auch gerne in der Öffentlichkeit. Dies kann wiederum dazu führen, dass seine Mitmenschen darauf mit Neid und Eifersucht reagieren. Eine Vage Ascendent Löwe besitzt außerdem besondere pädagogische Fähigkeiten und weiß diese auch einzusetzen. Das erklärt sich dadurch, dass der Löwe in aller Regel einen guten Draht zu Kindern hat und die Waage mit ihrem Händchen für Beziehungsharmonie aufwarten kann. Bei der Kombination aus dem Sternzeichen Waage und Ascendent Löwe verbindet sich die Gestaltungskraft des Löwen mit der Vorliebe der Waage für alles Schöne und Elegante. Eine Waage Ascendent Löwe liebt das Leben mit all seinen Sinnesfreuden. Sie hat einen freundlichen und zuvorkommenden Charakter und neben ihrer künstlerischen und pädagogischen Begabungen auch ein großes Interesse an philosophischen Fragen. Durch ihr liebenswürdiges Auftreten kann sie mühelos die Sympathien ihrer Mitmenschen gewinnen. Ein weiteres Plus bei dieser speziellen Konstellation egal ob Frau oder Mann ist ihre meist beeindruckende und schöne Gestalt. Weniger angenehm ist es wenn ihr übergroßes Selbstwertgefühl zu Eitigkeit und Selbstgefälligkeit ausartet. Auch ist bei einer vage Ascendent Löwe gelegentlich eine Neigung zu übertriebenem Luxus und Genusssucht festzustellen. Doch insgesamt darf man sie als einen kultivierten Menschen mit viel Lebensart bezeichnen. Sie teilt die Freuden des Lebens gerne mit anderen und lässt diese immer an ihrem Glück teilhaben. Dies geschieht bei ihr allerdings nicht ganz uneigennützig sondern um sich damit selbst ins rechte Licht zu rücken. Die Partnerschaft hat im Leben einer vage Ascendent Löwe eine große Bedeutung und doch ist die Partnerschaft mit einem solchen Menschen nicht immer einfach. Einerseits zeigt sie in der Beziehung sehr viele Emotionen und macht aus ihren Gefühlen kein Geheimnis. Andererseits erwartet sie mit ihrer etwas narzisstischen Veranlagung von ihrem Partner stets ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit. Eigenschaften des Sternzeichens Waage mit Ascendent Jungfrau Bei der Kombination aus dem Sternzeichen Waage und Ascendent Jungfrau wird die Nüchternheit der Jungfrau mit der Heiterkeit der Waage verbunden. Allerdings wird die Unbekümmertheit die der Waage von Natur ausgegeben ist durch den Einfluss der Jungfrau immer wieder stark gedämpft. Es ist aber nicht von der Hand zu weisen dass Menschen mit dieser Konstellation sehr viel Verständnis für andere Menschen und für deren Probleme und Sorgen haben. Sternzeichen Waage und Ascendent Jungfrau sind meist bis ins hohe Alter mit guter Gesundheit Vitalität und Beweglichkeit gesegnet. Im Großen und Ganzen wirkt eine Waage mit Ascendent Jungfrau ruhig und ausgeglichen. Neben ihrem guten Geschmack verfügt sie zudem über eine ausgeprägte Ordnungsliebe und gilt erst ausgesprochen zugänglich und vor allem zuverlässig. Die für die Waage charakteristische große Kontaktfreudigkeit wird durch die Zurückhaltung die der Jungfrau zu eigen ist allerdings etwas gebremst und insgesamt verliert die Waage in Verbindung mit dem Ascendent Jungfrau etwas an Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Das starke Gefühlsleben auf der einen Seite und das nüchterne Abwägen und Berechnen auf der anderen bilden einen Widerspruch mit dem die betroffenen Menschen immer auf die eine oder andere Art zu kämpfen haben. Ascendent Jungfrau möchte eigentlich immer nur das Beste für sich und für ihre Mitmenschen. Hilfsbereit ist sie immer dort zur Stelle, wo sie gerade gebraucht wird. Als Waage mit Ascendent Jungfrau steht man allerdings nicht sehr gerne im Mittelpunkt, sondern wirkt viel lieber im Hintergrund. Natürlich freut man sich über Lob und Anerkennung, erwartet dies aber nicht mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. In der Partnerschaft neigt eine Waage mit Jungfrau Ascendent dazu, den Partner zu beeinflussen, zu manipulieren und manchmal sogar zu bevormunden. Deshalb ist nicht selten zu beobachten, dass ihre Beziehungen eher von kurzer Dauer sind. Doch einem Menschen mit diesen astrologischen Komponenten fällt es in der Regel nicht schwer, schnell wieder einen neuen Partner zu finden. Es kann auch vorkommen, dass eine Waage Ascendent Jungfrau öfter unausgeglichen ist, was darauf zurückzuführen ist, dass der Rationalismus der Jungfrau den Idealismus der Waage dämpft. Dies geschieht freilich unbewusst, doch gerade in einer Partnerschaft ist dieser Umstand durchaus eine Herausforderung. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir veröffentlichen nicht nur aktuelle wöchentliche Horoskope, sondern auch Informationen zu Sternzeichen und vieles Wissenswertes dazu. Klicken Sie dazu unten auf den Button abonnieren und verpassen Sie die neuen Videos nicht mehr. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse.